Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute soll es einmal um meine Top 5 Tipps geben für den Einstieg in den Bereich Amazon Advertising. Denn mir ist aufgefallen, dass ganz ganz viele Leute, die neu mit am Start sind, so ein bisschen Respekt haben vor den bezahlten Werbeanzeigen. Die einen trauen sich nicht ran, weil sie irgendwie keine Erfahrung in dem Bereich haben, andere machen sich Sorgen Geld zu verbrennen. Und deswegen habe ich mir gedacht, haue ich heute einfach mal 5 Tipps in diesem Bereich heraus. Denn es ist nun mal so, wenn wir unser Buch hochladen, dann wird es eben häufig eher weiter unten ranken oder vielleicht sogar auf Seite 2. Das heißt, mit einem Buchlaunch müssen wir es schaffen, unser Buch in die Top Position für die Keywords zu befördern. Und da sind eben bezahlte Werbeanzeigen am Anfang der beste Weg, um Reichweite aufzubauen und diese dann im Laufe der Buchveröffentlichung natürlich auch zu halten. Denn wir wollen unsere Top Position, die wir einmal uns erarbeitet haben, natürlich auch nicht verlieren. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Amazon Werbeanzeigen mittlerweile einfach essentiell sind. Und jeder Self-Publisher da draußen auf Amazon KDP sollte sie beherrschen. Und meiner Erfahrung nach bekommen das die meisten auch hin. Und genau deswegen möchte ich dir heute in diesem Video ein Stück weit den Start erleichtern. Okay, starten wir mit Tipp Nummer 1 und das ist erst verstehen und dann loslegen. Etwas, was ich immer wieder beobachte, dass Amazon KDPler ihr Buch hochladen, sich einen Advertising Account erstellen und dann direkt drauf losschalten, ohne überhaupt verstanden zu haben, wie das Geburtsverfahren funktioniert, welche Kampagnentypen es gibt, welche Ausrichtungsarten, wie sie Gebote steuern können und so weiter. Und wenn ich das einmal eins nicht verstanden habe, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich irgendwie Geld verbrenne. Logischerweise. Das ist, denke ich mal, überall so. Deswegen sollte sich jeder von euch mindestens zwei, drei Stunden Zeit nehmen und sich einmal in die Thematik einarbeiten. Ich selbst habe ein extrem ausführliches Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal hier oben. Und auch Amazon Ads hat selbst auf ihren Seiten extrem viele Ressourcen, wo man sich in die Thematik einarbeiten kann. Das ist nicht viel Arbeit und sollte auf jeden Fall jeder machen, denn wie gesagt, Amazon Ads sind mittlerweile einfach essentiell. Tipp Nummer 2. Mach dir bewusst, du hast zu jeder Zeit die volle Kontrolle. Denn mir ist aufgefallen, dass viele Leute gar nicht mit Amazon Advertising starten, weil sie Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen. Ja, dass irgendeine Kampagne aus dem Ruder läuft, man irgendwie Geld aus dem Fenster schmeißt. Und dem ist nicht so. Du hast jederzeit die volle Kontrolle darüber, wie viel Budget du ausgibst. Du hast die Kontrolle darüber, wie viel du bietest. Du kannst die Kampagnen jederzeit auch beenden. Das heißt, du kannst zu jedem Zeitpunkt intervenieren, falls irgendwas schief läuft. Und es kann nicht viel schief laufen, wenn du dich an die Tagesbudgets hältst. Wenn du deine Geburtslimits richtig setzt, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Und ich glaube, das ist am Anfang wichtig, einmal zu verstehen, denn das nimmt dir ein Stück weit, denke ich, auch die Angst davor. Tipp Nummer 3. Verstehe, dass die Performance deiner Werbeanzeigen sehr stark abhängig ist von der Performance deines Buches. Was wir mit Werbeanzeigen machen, ist folgendes. Wir haben ein bestehendes Buch und verschaffen diesem Buch einfach nur noch mehr Reichweite. Das heißt, noch mehr Leute sehen plötzlich dein Buch. Wenn dein Buch schon vorher nicht gut funktioniert hat, weil es einfach bei der Zielgruppe nicht gut ankommt, nicht gut geklickt wird, nicht gut konvertiert, dann wird es auch bei den Werbeanzeigen nicht gut funktionieren. Eine Werbeanzeige ist, so sage ich das immer, der Spiegel deiner Arbeit als Self-Publisher. Wenn du deine Arbeit gut gemacht hast, Titel, Cover, Preise, Beschreibungstexte und so weiter gut auf deine Zielgruppe ausgerichtet hast, sodass die unbedingt dein Buch wollen, dann werden auch deine Werbeanzeigen extrem gut laufen. Wenn dein Buch aber nicht so gut ankommt bei der Zielgruppe, weil es einfach nicht besser ist als die anderen Bücher der Konkurrenz oder einfach sich nicht unterscheidet, dann wirst du eben auch Probleme bei den Werbeanzeigen bekommen. Und häufig ist der Grund, wenn eine Werbeanzeige nicht gut läuft, dass eben das Buch einfach nicht funktioniert. Das heißt, es geht gar nicht immer darum, dass du falsch schaltest, sondern einfach, dass die Basis, und zwar ein gut funktionierendes Buch, in dem Fall einfach nicht gegeben ist. Das heißt, wenn du siehst, okay, meine Werbeanzeige hat einfach einen zu hohen Argos, eine zu schlechte Konversionsrate, dann hinterfrage einzelne Elemente deines Buches, geh auf die Zielgruppe zu und frag einfach mal, was findest du an meinem Buch nicht so gut? Warum würdest du dir eher ein Konkurrenzbuch kaufen? Und dann kristallisiert sich häufig sehr schnell heraus, woran es eigentlich hapert. Und das sind häufig eben gar nicht die Werbeanzeigen an sich, sondern das Buchprojekt selbst. Tipp Nummer 4, auch eine Sache, die leider häufig bei Anfängern falsch verstanden wird. Werbeanzeigen sind nicht dafür da, um Geld zu verdienen. Sie müssen nicht unbedingt profitabel sein. Die Zeiten haben sich geändert. Ich bin mittlerweile seit 2018 am Start, schalte mittlerweile über 5 Jahre schon Werbung auf Amazon Advertising. Und früher konnte man auf alles immer profitabel Werbeanzeigen schalten. Es war fast unmöglich, kein Geld mit Werbeanzeigen zu verdienen. Mittlerweile hat sich das Blatt gedreht. Das liegt einfach daran, dass immer mehr Leute Werbung schalten, die Klickpreise sind nach oben gegangen und allgemein wurde Amazon als Plattform immer beliebter. Und so kommt es eben, dass es heutzutage einfach schwer ist, extrem profitabel Werbung zu schalten. Dennoch haben die Werbeanzeigen heutzutage einfach eine andere Aufgabe. Früher konntest du damit Geld verdienen, heute sind sie vor allen Dingen dazu da, Sales zu generieren und dich in deinem Launch zu unterstützen. Das heißt, habe nicht den Anspruch, dass du immer profitabel Werbung schaltest, sondern achte lieber darauf, dass sich deine Werbekosten in einem vertretbaren Rahmen bewegen und du schlussendlich mit den Werbeanzeigen es schaffst, so viele Sales zu generieren, dass du die Top-Positionen für deine Hauptkeywords erreichst, um dann auch organische Sales auszulösen. Und mit diesen organischen Sales, das heißt organische Sales sind die, die ohne Werbeanzeige stattfinden, solltest du es dann schaffen, in die Pluszone zu kommen. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, bei den Werbeanzeigen vielleicht Break-Even zu sein oder sogar leicht ins Minus zu gehen und das Ganze dann über die organischen Verkäufe zu kompensieren, sodass du am Ende mit deinem Buchprojekt einen schönen Gewinn erwirtschaftest. Und dann fragt auch keiner mehr nach, ob deine Werbeanzeigen jetzt profitabel waren oder nicht. Das spielt ja gar keine Rolle, ja. Das heißt, betrachte die Werbeanzeigen nicht immer nur isoliert nach Arcos, sondern schau auch darüber hinaus, was sie für Effekte haben auf deine organische Reichweite, um da dann die Gewinne einzustreichen. Und das dauert manchmal auch. Man muss eine gewisse Geduld mitbringen. Es kann auch gut und gerne mal mehrere Wochen dauern, bis man überhaupt den Break-Even-Punkt erreicht und in dieser Zeit sollte man auch bereit sein, hier zu investieren. Und da wären wir auch schon beim letzten Punkt, Tipp Nummer 5. Betrachte Werbeanzeigen immer langfristig und immer als Investition. Ja, wie gesagt, du wirst nicht den schnellen Euro mit Werbeanzeigen machen, sondern sie sind dafür da, sich langfristig etwas aufzubauen. Das Gute ist, mit Werbeanzeigen kannst du natürlich Verkäufe auslösen, schaffst aber natürlich auch ein gewisses Branding. Denn deine Werbeanzeigen werden die Kunden immer und immer wieder sehen und werden irgendwann dein Produkt einfach kaufen, weil sie gar nicht mehr an dir vorbeikommen. Und dazu hab auch immer auf dem Schirm, die Werbeplätze, die du nicht bekommst, wenn du keine Werbung schaltest, nutzt dein Konkurrent. Und genau andersrum, wenn du Werbung schaltest, nimmst du deinem Konkurrent natürlich auch gleichzeitig Werbeplätze weg. Dementsprechend hat dieser weniger Sales. Das heißt, du hast einen gegenläufigen Effekt. Du machst mehr Sales, dein Konkurrent weniger und dementsprechend sorgen gut laufende Werbeanzeigen für einen extrem krassen Push, den jeder von euch nutzen sollte in seinem Marketing auf Amazon KDP. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Falls du weitere Fragen hast, pack das gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.